Hi, mein Name ist Jochen Schropp und ich freue mich sehr, dass ihr euch für mein Buch Queer as Fuck interessiert. Gemeinsam mit Diplompsychologin und Psychotherapeutin Miriam Junge wollte ich ein Buch schreiben, das queeren Menschen auf der Suche nach sich selbst hilft. Es ist aber nicht nur ein Buch für queere Menschen, es ist auch ein Buch für Familie und Freunde, die vielleicht noch mehr über dieses Thema oder überhaupt etwas über dieses Thema lernen wollen. Ich spreche sehr viel über meine eigenen Erfahrungen, aber natürlich kann ich nur über das berichten, was ich selbst erlebt habe. Deshalb war es mir wichtig, Miriam mit ins Boot zu holen und nach jedem Kapitel eben mit ihr in einem Gespräch noch mehr, noch tiefer in das Thema einzutauchen. Ich werde immer wieder von Leuten angeschrieben, die mir schreiben, hey, ich habe Angst mich zu outen, vor meiner Familie, im Job, sogar vor meinen Freunden. Ich habe Angst vor Diskriminierung oder ich werde sogar diskriminiert. Was kann ich tun? Und genau für euch ist dieses Buch. Denn ich glaube, erst wenn man glücklich mit sich selbst ist, kann man das freie Leben führen, was ich mittlerweile führen darf. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und genau das möchte ich für euch auch. Also, ich freue mich, wenn ihr reinlest. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Und gebt mir natürlich jederzeit gerne Rückmeldung, wie ihr Queer As Fuck empfindet. Liebe Grüße und ganz viel Spaß beim Lesen. Euer Jochen.